Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er wusste zu viel und das war sein Verhängnis Ich werde es einmal erfinden Ist es dann nicht viel zu gefährlich für dich? Ganz ließes Gesicht Aber seid eingestellt Er verfolgt mich Ist ja klacks Er wollte mich umbringen Ist das legal? Tja Bitte gehe nicht dahin Er hat immer Selbstgespräche gefühlt Wie als hättest du eine imaginäre Freundin oder sowas Manchmal habe ich sogar richtig Angst vor mir gehabt Ein bisschen Psycho Versprech mal, dass man es soll Bitte Oh mein Gott, ich meine Ich bin fix und fertig mit den Nerven Weißt du Ich meine Da kann man auch mal was durcheinander bringen Oh, das ist komplett leer Wir sind alle weggezogen Alles ist total runtergekommen Da ist überhaupt nichts mehr Man sagt sogar, dass es der Sput Oh, das ist alles 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 Untertitelung des ZDF, 2020